Musik Es war einmal eine kleine Diamond Painterin. Die suchte ein neues Zuhause für ihre Medizinbecherchen. Denn sie musste ein großes, großes Bild painten. Und wo hatte sie den Platz für die Medizinbecherchen? Ja, so begab sie sich auf die Suche auf Facebook nach einer Painterbox, die ihren kleinen Becherchen ein Zuhause geben könnte. Ja, sie ließ sich eine Painterbox personalisieren von den Königen des Painterbox Machens und erhielt auf die Schnelle in der Kürze nach kurzer Zeit ihre Wunschbox in blau mit Glitzer. Die kleine Diamond Painterin freute sich schon sehr, sehr, sehr lange auf eine Wohnmöglichkeit für ihre kleinen Medizinbecher. Und so schellte es dann alsbald an der Haustür. Und die Diamond Painterin öffnete die Tür und bekam ein großes Paket. Und was in dem Paket drin war, das seht ihr jetzt. Oh, das große Paket knisterte und knisterte und die Diamond Painterin öffnete es so schnell sie konnte. Sie riss die Kiste auf, schmiss das Styropor aus der Kiste hinaus und holte sich ihre Painterbox aus der Kiste. Ja, und das ist meine Painterbox. Die schöne Painterbox mit bis zu 120, 125 Becherchen haben da Platz. Drei Etagen mit Licht. Meine kleinen süßen Becherchen haben also nun ein Schloss, in dem sie leben können. Mit Lichtmöglichkeit, mit Möglichkeit für meine Schiffchen und für meine Stifte. Das heißt, alles ist super. Ähm, ja, 120 Becher passen da insgesamt rein. Ich hab's schon ausprobiert. Und ich freu mich riesig. Wie ihr sehen könnt, sie passt sich allem an. Ich hab sie einmal dahin gestellt. Dann hab ich sie auf der Fensterbank stehen gehabt. Ich hab euch das alles jetzt mal abgefilmt. Diese Box kostet so wie sie ist, glaub ich, 45 Euro. Waren das? Wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Es gibt sie in verschiedenen Größen für, äh, ja, das ist jetzt die kleine Box. Es gibt sie in größer bis zu 200, 300, 400 Farben. Und ihr könnt euch die Farben aussuchen von dem, was hier alles gebaut ist. Ihr könnt euch aussuchen, wie sie verbaut wird. Ob sie mit Griff ist, ohne Griff. Ob sie mit Schiffchenablage ist, so wie bei mir. Oder mit oder ohne Licht. Oder mit oder ohne Klappe. Eih, ja, alle Möglichkeiten sind da, sind gegeben. Und somit haben meine kleinen Becherchen ein schönes, schönes Zuhause gefunden. Ein Happy End ohne Ende. Ja, also ich kann jetzt richtig schön meine Painterbox hinstellen. Die Farben rausholen, die ich brauche. Und habe gleichzeitig noch ein schönes Deko-Element, weil ich find's total toll. Also die Box kann in den Farben hergestellt werden, die ihr euch wünscht. Ihr bekommt verschiedene Auswahlen an Farben. Lasst euch da einfach mal beraten. Geht auf die Seite, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Und fühlt euch dort wohl. Schreibt die Leute an. Lasst euch beraten. Lasst euch da ein paar Tipps geben. Infos zuschicken. Guckt euch die Fotos mal durch. Vielleicht gefällt euch da was. Und wie ihr hier sehen könnt, das kommt jetzt nicht so richtig rüber. Ich hab extra Blitz angeschaltet. Dieses Blau glitzert. Es glitzert. Man sieht es so schlecht in dem Licht, ne. Aber es glitzert. Total schön. Mein großes Schiffchen hat da immer Platz. Das ist auch total toll. Das war ja mein Wunsch. Und ja, wie ihr sehen könnt, ja, die kleine Diamond Painterin ist jetzt super glücklich und freut sich über ihre eigene Painterbox. Das ist so Wahnsinn. Ein ganz neues Produkt auf dem Markt und ich bin total fasziniert. Ich zeige euch die nochmal hier von allen Seiten. So, das sind noch die Becher, die ich einsortieren muss. Und die ich dann, äh, den Rest haue ich beiseite in die Kiste. Ja, das ist sie von oben. Ablage für Medizinbecher und ein kleines Schiffchen. Wenn man gerade bei einer Farbe ist. Und hier habt ihr das Glitzern jetzt auch ein bisschen gesehen. Total schön. Schön. Auch der Griff. Oh, der ist so, so, so abgerundet. Schön abgeschliffen. Und ich zeige euch das Ganze jetzt auch mal von der Seite. Von hinten. Also hochwertig verbaut. Also das kann man wirklich sagen. Hier guckt keine Schraube irgendwie großartig raus. Hier kann man sich nicht wehtun. Hier ist kein Splitter, den man sich einfangen kann. Alles schön abgeschliffen. Ich bin mega begeistert. Ich bin so dankbar, dass ich dieses Stück jetzt hier bei mir stehen habe. Ja, also als Diamond Painterin für mich ein Muss. Klar müsst ihr, wenn ihr nicht viel Geld zur Seite liegen habt, ein bisschen sparen. Aber es lohnt sich definitiv. Wie ihr sehen könnt, auf meiner Fensterbank macht sich das Teil auch gut. Da habe ich ein bisschen Deko draufgestellt. Ihr könnt also diese Box dahin stellen, wo ihr möchtet. Und ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß mit eurer eigenen Painterbox. Der Link ist in der Videobeschreibung. Schreibt dort einfach mal hin. Tobt euch aus und sagt eure Wünsche. Oh, und wenn ihr eine bestellt oder schon habt vielleicht, dann schickt mir doch mal ein Foto, wo eure Box steht. Was ihr damit schon veranstaltet habt. Schickt mir Bilder per E-Mail. Und ich werde sie in dem nächsten Video mal zeigen. Ich freue mich drauf. Und bis zum nächsten Video morgen, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Tschüss.